Ja, Moment. Ah, ich komme aber hier. Ah, okay, okay, ich komme hier runter. So. Ach ja, die Tzip-Rooms wandert hier. Nee, tiefer, oder? Wo sind wir denn hier? Ah, fahren wir da um, okay. Okay. Das war der. Dann. Okay. Ja, das ist okay. Warte, warum? Äh. Das ist so schlimm, ey. So, weiter. Dann. Oh, 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 oh. So, komm mal, ne, das ist sogar noch besser. Oh, guck mal, ich habe die Bomben ins Weg bekommen. Okay, neuer Raum. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Äh. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Da ist ein Ridley da unten. Hier, mhm. Da brauchen wir aber einen anderen Suit. Der Lava sicher ist. Okay. Mit mehr HP wären wir da vielleicht durchgekommen, aber habe ich halt nicht. Ah, Boss outplayed, ja. Boss hat mich hart outplayed mit seiner Location. Ach so, mhm. Jetzt gucken wir mal auf die andere Seite dahin. First Trail No Hit. Äh, ja, ja. Also für den Boss, ja. Er hätte keinen Hit-Up bekommen. Hätte ich weitergemacht, wäre ich auch rot gewesen. So, was ist der Raum jetzt? Steigt die Lava hier überhaupt? Okay, ja, tut sie. Ach Gott, ja. Ja. Und, warte mal. Mal gucken. Wo sind wir? Hier. Da oben? Nö. Ach, ist ja gut. Wackel, 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 ey. Eine Füße. So, jetzt sind wir... Ach, da haben wir noch einen. Oh mein Gott. Du bist so nervig, ey. Wie? Nee. Nee. Äh, wirklich nee. Was ist das denn? Ah, Gott, ja, doch. Äh, noch mal. I'm not the grappling hook. Bringt mir das hier irgendwas? Glaube nicht. Äh. Und das üben. Nein, ja, mhm, 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 mhm. Oh je, oh mein Gott. Das ist mir hier nur wohl. Äh, das ist der Kacke. Äh, hopp. 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 Ich hab diesen Kacke. Ich hab diesen Kacke. Den gibt's den nicht. Wie, wie kann denn das sein, dass ich im ersten Ding sofort hängen bleib und runterfall? Äh, ich... er hasst dieses spiel gerade so sehr wegen welcher a drückt ein Stück scheiße was amus im wunder dass seine eltern nicht verstoßen haben wenn die eltern nicht umgebracht ist mir egal großen umgebracht deine eltern sind weg sie haben sich umbringen lassen weil sie nicht mehr bei dir sein wollten so der hasch ist samus so schauts nämlich aus was das wavebeam ist das ist dieses bilden bilden er so drei hat nehmen ist ich bin ich bin nicht nach unten noch mit den habe ich auch gekriegt in einem völlig anderen spiel das ist wirklich witzig ach leg mich doch gut da oben ist noch was auch ich will natürlich alles haben der wavebeam gefällt mir aber nicht so muss ich sagen wie komme ich denn da hin ist er denn stärker äh ja doch er ist stärker glaube ich ja doch Schöne Gesicht, ey. Das ist gut. Gut. So. Ah, Gott. Entwärmt das denn die... Was ist denn da unten für ein komischer Grafiklitsch eigentlich in der... Das sind so 5, 6 Pixeln rein, ne? Neu Ja... Und so, das heißt aber eigentlich, wir können gehen, ne? Da unten haben wir Ridley Da kommen wir aber noch nicht hin Ja, und das dicke S ist immer mein letzter Safe Ja, das kann man ganz einfach ausprobieren Geht's hier rein und speicher Und dann müsste das zum dicken S werden Kein Sinn, dass er hier, äh... Dass er das hier nicht macht Genre spielt unterschiedlich Er schießt in manchen Games durch Wände Oh, jetzt können wir mal ausprobieren Stimmt, irgendeinen gab's, der durch Wände schießen konnte Oh, ja, okay, das ist immer der letzte Safe-Punkt Versteh, warte mal Na, der schießt wunderbar durch Wände Oh, oh, oh Ich kann Lava-See-Pferdchen nicht töten, ne? Uh-huh Oh, we're just gonna get you though Ja, der schießt durch Wände Das ist cool Das ist auch praktisch Guck, man kann den jetzt schon töten Von hier Oh, kann ich damit Solche Türen aufmachen Von der anderen Seite Super Wo bin ich denn Okay, wir sind fast durch Blü, 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 blü Blü, 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 blü Oh, geil Ich die Gegner Ignorieren können Mann Mann, was bleibst du denn hängen Du hängengebliebenes Stück Oh mein Gott Der ist noch hoch Rentsch Echt kurz gleich Kann man So dumm sein beim Springen Und ich meine Sowohl Samus Als auch mich Danke Eine Güte Das gerufen Die muss ich probieren Jetzt nicht So Dann Norfair Würde ich sagen Erstmal wieder fertig Wo hatten wir denn vorher Probleme Wo wir nicht weitergekommen sind Es hat ein ewiges Hin und Her Und gucken Hat man irgendwas vergessen Braucht man dann noch ein Item Und Pipop Und dann die Wasserdinger Die will ich gar nicht machen Nee 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 So, man wird jetzt hier Weingesaugt anscheinend Wegen Flup Ja, ja Oh Gott Ich muss noch mal probieren Da oben Ich denke mir In der Grappling Hat da Irgendwas Gerade Nee Eigentlich nicht Oh mein Gott Wir gehen Was ist da noch mal So, ja Da oben ist eine Grüne Wie komme ich denn da oben hin Wir haben doch die Karte gefunden Von hier dachte ich Oder Achso So Warte mal Achso Nee Gott kann ich jetzt nicht erwarten Ich will die Screw-Attack haben Oh, will ich I say Was ist denn hier? Das war ja einfach Was ist das? Das ist Screw-Attack Nee Was ist denn der? Spacer Spacer? Spatzer? Ah Das da Das wollte ich haben Das ist super Der Dreifachschuss Genau Baser Okay Der Spatzer Den hätte ich Die ganze Zeit schon Haben können Das ist ja wirklich traurig Oh mein Gott Hätte ich die ganze Zeit Schon hochkommen können Ich will die ganze Zeit schon Haben können In dem Raum Da oben links Was ist das jetzt? Oh Oh Da bin ich ja noch im Leben Oder noch wach Aktiv Hör mal Ja, aber es wird Immer mehr Stuff Da oben Okay Ah Wie ist das? Muss aber Was ist das? Echt nicht Ha Okay Nein Oh Mann Genau deswegen Ist das zu kotzen Okay Okay Gleich Ein Minut Zurück So was war denn da? Das ist aber nicht mal Weiter gekommen Aber warum? Oh ja Whatever Mein Gott Ich kann nur Mein Gott Ich kann nur mich beeilen müssen Dann wirst du mich verarschen Was ist das denn? Das ist die Scheiße Hallo X-Rex-Scope X-Rex-Scope Aha 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 Achso Achso Ach hier hoch Ne B Kann ich damit auch Items finden? Ja Ja Wär das ja wichtig Geil Oh Oh, guck mal, die Zeit hält dabei sogar an. Oh mein Gott, ist mir egal. Ich will nicht mehr. Lass mich hier raus. Aber ich kann da jetzt... Man findet hier immer eine. Das ist cool. Ich habe aber keine Ahnung. Und der da drüben. Nein, da ist der Scheiß mit den Dingern. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Egal, wie cool die Metroid-Upgrades sind. Irgendwie freut man sich immer am meisten über Energy-Tanks. Ja, ich würde gerne mehr Energy-Tanks haben. Das ist leider wahr. Was? Wir haben jetzt alles. Da oben die Leiste ist voll. Ich würde mich sehr wundern, wenn ich noch irgendwas anderes looten kann. Ach, was ist denn hier? Hmm, Vault of Tanks. Nee. Das brauchen wir jetzt nicht, Tobi. Oh, nein. Oh, nein. Nein, oh mein Gott. Mein... Hallo. Oh Gott. Es ist halt nur einer, der da hochkommt. Das wird ein bisschen dauern. Da können die auch durch. Ich bin neugierig, ob wir zuerst ein Milch oder ein Dave Kuschel Cozy Emote haben. Geht bei mir eigentlich nicht auf dem Plan. Cozy ist es hier nicht. Hier gibt es nur Hass und Rage. Das stimmt ja auch nicht. Na komm. Diese Stellen muss man einfach so hart abusen. Anders geht es einfach nicht. Hm. Der Hass und Rage ist unser Popcorn. Na. Na. Was hat er hier? Wie Dave über... Wie der lästert. Warte mal. Da ist das alles voll, ne? Mach es, ob ich jetzt nach oben hineingesprungen bin. Kann doch nicht sein. Lassen wir uns los. Hallo. Hallo. Ja. In den nächsten. Wichtig. Es ist zum Kotzen. Oh mein Gott. Was ist denn da der? Äh. So. Jetzt kommen wir wieder nach oben dann, ne? Na warte mal. Ich will doch eigentlich auf die andere Seite. Wieso laufe ich denn jetzt nach rechts, wenn ich nach links will? Dafür sind die ja dann alles aufzufüllen vor dem Boss. Ja, aber hier ist kein Boss mehr. Aber speichern das immer wieder. Wir haben doch jetzt ganz gut Zeug momentan. Ich müsste jetzt wohl jeden Raum absuchen, ne? Irgendwo was ist. Eigentlich aber. Ah, siehste mal. Oh. Ja, blöd, ne? Fuck. Mann, da findest du was und dann ist es so ne Scheiße. Warte mal. Es geht aber auch durch. Ich fühl's Achterbahn gerade. Ich bin wirklich ein bisschen so. Das ist ein bisschen gnatisch. Mann, wie frech. Du dich freust. Geil. Ich hab was gefunden. So ein kleines Secret. Vielleicht irgendein dummes Item. Zwar nur, aber ich hab's gefunden. Nein, das ist einfach nur der Ausgang für irgendeine Kacke. Ja, oder was? Jetzt sind die nicht mehr so schlimm. Wir machen mehr Schaden. Das ist gut. So, was ist denn da drüben? So, jetzt kommen wir da rein. Ja, kommen wir doch jetzt bestimmt durch. Ja. Guck mal. Oh mein Gott. Was ist mit den anderen? Die sehen so angebrochen aus. Ah, guck mal. Die gehen kaputt dann. Nimm man denn da hoch? Ja, die sind hier. Wann sind da oben das Zeichen für ein Item? Wer ist da da hoch? Oh, da kommen wir doch nie hoch. Andere wollten wir... Was sagt denn das? Ne? Na gut. Zup. Zup. hmmm was sind wir denn hier hier ist doch irgendwas, oder? eine tür, na woin? hat er nicht ganz unrecht, hier ist was doch, speichern, wunderbar hallo? ah, wir werden speichern weiss hä? was? Bleib mal stehen, dann will ich starten. Dev, zu viele Mehrfachbelegungen, wie soll ich mir die alle merken? Auch Dev, ich will nicht jedes Mal durch wechseln. Hä? Was? Oh, scheiße. Oh, hi. Hm? Hm?